Sagt mir bitte, dass ihr genauso Downton Abbey gesuchtet habt wie ich. Wenn ja, sollte euch dieses wunderschöne Schloss im Westen von Schottland auf jeden Fall aufgefallen sein. Wir sind heute nach Invera Ray Castle gefahren und das ist mit Abstand das schönste Schloss, was ihr in Gesamt Großbritannien finden werdet. Nachdem wir uns einmal das Schloss von innen angeschaut haben, was man sich so anschauen darf, denn es gibt auch noch große private Teile, wo einfach die Familie des Dukes wohnt, sind wir noch durch die Gärten spaziert und haben uns dort alles angeschaut. Und ich muss sagen, das ist einfach traumhaft. Du kannst wirklich überall die Kamera drauf halten, du willst alles filmen, du willst alles fotografieren, du kannst nicht aufhören. Denn meiner Meinung nach kann man sich absolut nicht satt sehen an dieser gesamten Schönheit, die man hier sieht. Der Garten ist der Wahnsinn, das Schloss ist der Wahnsinn, die Natur drumherum ist der Wahnsinn und vielleicht war das einer der besten Ausflüge, die wir bisher überhaupt gemacht haben. Und es war tatsächlich auch für alle was dabei. Denn auch wenn die Jungs sich jetzt vielleicht nicht so für Architektur interessieren wie ich, haben die sich drin diese riesige Waffensammlung angeschaut und waren davon hin und weg. Falls ihr einen Urlaub in Schottland plant, muss dieses Schloss unbedingt auf eure Liste. Und kleiner Tipp, die besten Fotos und Videos könnt ihr machen, wenn ihr im Garten steht, da gibt es nämlich extra Spots, die besonders gut sind. Wir hatten sogar während wir heute dort waren die ganze Zeit Sonne, kein Tröpfchen Regen, Es hat einfach alles gepasst. Ich finde es richtig schade, dass wir in einer Woche schon wieder nach Hause fliegen, denn ich könnte hier für immer bleiben. Schottland, wir kommen definitiv ganz oft wieder.